Hallo und herzlich willkommen bei Virtus in der neuen Folge Borderlands. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Es geht Richtung Troy, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich da runter. Das bleibt einfach mal dran. Wie sagt man so schön, lieber Kiefer brechen, selbst dran zu glauben. Erstmal den hier blatt mal hei. Vielleicht bringt er uns noch mal eine schöne Waffe mit. Jawohl, ja. Das verstehe ich aber. Aber noch mal ein bisschen lila. Ja, alles mal mit. Ist doch ganz nett, ne? Wenn wir uns das hier noch einmal angucken können. Das ist euer Geheimnis, Kristalle. Bevor wir in die große Kammer gehen. Die sind nämlich da hinten durch. Das wird wahrscheinlich dann doch eher der Ausgang. Das geht mit dir. Weiß ich nicht, wir kommen hier wieder hoch. Da. So, zack zack. Gut, dass ich eigentlich auch keine Kohle habe, wenn mal jetzt irgendwas passiert. So, ab zur großen Kammer. Oder geht's hier noch nach links und rechts? So, so Zahnrädchen. Da drüben auch. Okay. Dann rüber hier. The Great Vault. Sieht schon ziemlich bombastisch aus, was die Zubillinge sich da bauen lassen. So, doch mach ich's tueu. Menü? Ah, da hinten ist. Ich bin ja sehr stark gespannt, was mich hier erwartet. Wie? Tennis, der Kammerjäger hat den Iridium-Nachschub unterbrochen. Wo kriegt Troy diese Energie her? Ich habe eine Theorie, aber sie wird dir nicht gefallen, Lille. Tyreen. Er nutzt Tyreen. Er sagt die Kraft seiner eigenen Schwester aus, um Elpis aufzuladen. Kammerjäger, du musst Troy ausschalten. Das ist der einzige Weg. Okay. Jetzt müssen wir Troy bekämpfen. Ich weiß gar nicht, was der so drauf hat. Ich weiß jetzt hier auch nichts. Das kann weg. Distanz. Kann's auch weg. Wir müssen flexibel sein. Du hast etwas Geld? Gib doch was davon aus! Kommt, kommt, kommt. Strahlung und Schock. Na gut, dann rest, behalten wir mal. Wenn die Mission behalten war. Und... Hello Troy, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht was du kannst. würde ich sagen just das wegzugeben.. Mussat es? No. Er macht nur lauten Scheiß.. Not для отсMost billing. S Alrighty, forget it... Ich werde dich dabei werden! Was ist jetzt? Nein, das tut weh! Mach weiter! Die Einschaltquote geht durch die Decke! Was soll ich tun? Da ist er wieder am Start! Oder auch nicht? Hör auf! Du waffst nicht rum! Oh, hübsches Gebeben! Das war alles? Ich weiß gar nicht, soll ich das Ding nicht kaputt machen? Wir haben es fast Tareen! Komm, hauen wir da auch noch mal ein bisschen drauf! Jetzt ist er weggesprungen leider! Versuch doch mich aufzuhalten! Wo bist du, Lumpi? Kampf gegen Troy! Ich muss einfach nur ein bisschen runterballen! Ich muss einfach nur ein bisschen runterballen! Ich spürst du das? Geht er schon wieder rüber! Okay! Und da ist einer! So da! Und da ist er auch nicht vor! Schreng dich mal an Tyreen! Du kannst nicht von mir weglaufen! Habe ich auch nicht vor! Ich weiß nicht, ob man direkt danach gegen Tyreen kämpfen muss, aber ich glaube nicht! Wo ist der Lumpi? Ich liebe diese Waffe! So! So! Das ist meine Zeit! Jetzt geht's ab! Wir sind verdammte Katermann! Okay. Ja komm, gib mir mal richtig Gummi hier. Langsam machen wir, naja, wir sind gut. Oh, was kommt denn jetzt? Oh shit. Ich nehme mich jetzt hier nicht. Komm, gib ihn. Ja, ich habe einen. Das ist erhältnismäßig sehr einfach. Na gut, ich habe auch eine echt coole Waffe. Ist nicht die, die meinem Level entspricht. Okay, das war ein bisschen mies. Jawoll, ja. Wir hatten es fast. Der Wind ist auch direkt platt? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was passiert? Ja. 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 Ja, ja. Könnt ihr das auch spüren? Unter uns erwacht ein Gott, dem wir die Ketten abnahmen. Bald wird der Zerstörer frei sein und mit seiner Kraft werde ich der einzige Stern am Himmel sein. Sie ist abgehauen, ne? Nein, doch nicht. Wir sind live! Naja, die nicht. Die sind super tot. Oh, ihr dachtet, dass ihr gewinnt. Vielleicht nächstes Mal, Superband. Oder auch nicht, das sagt man nur so. Game over, ihr Trattel! Die Frage ist nur, wer uns gerettet hat. In wenigen Sekunden wahrscheinlich. Das hat echt funktioniert. Du lernst schnell. Gut gemacht. Was passiert jetzt? Die große Kammer öffnet sich. Pandora. Pandora ist die große Kammer. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Was habt ihr getan? Das ist noch nicht wahres Ammer. Verloren! Wo komme ich denn jetzt her? Willst du dich die Map gefallen? Versuch mal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert. Weil ich glaube, ich sollte nicht hier sein. Definitiv nicht hier sein. Ich bin nicht hier nirgendwo. Ich würde sagen, da kann ich hier mal feiern. Machen wir mal gucken, ob ich das Spiel nochmal an der anderen Stelle gestartet kriege. Ich sage, danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss. Ach, guck mal hier. Ich habe mich doch mal aus der Map geplumpst. Erstmal hier unsere Beute erklimmen. Ich wollte doch hier eigentlich gerade Feier machen. Ich muss hier Money suchen. Hier ist Amara. Verstanden. Ja? Wie hast du das? Weißt du was? Ach, es ist egal. Hier spricht eifernde Leon. Hör zu. Siehst du diesen irren Lichtstrahl, der durch den Himmel rast? Ziemlich cool, was? Na ja, das bedeutet, die große Kammer öffnet sich. Und wenn sie das tut, sagt Pandora, leb wohl. Wenn du also deine Heimat retten willst, schwing deinen Arsch nach Necrotafeo. Sofort! Hier rüber, Killer. Okay, wir sind cool. Ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen umstrukturieren. Also das machen wir hier in der Level 27 Pistole. Pistole ist gut. Die Waffe bleibt auf jeden Fall. Die kann mal weg. Was haben wir denn hier so drin? 34. Muss man natürlich erst mal ein bisschen hier so im Auge walten, ne? Ja, die sieht gut aus. Die ja sowieso. Mal ein bisschen Schnellfeuerwaffe. Geh, bevor wir jetzt aber mit denen reisen, mach ich Feierabend. Ich sag Dank für Susi bis dahin und Tschüss. Okay, das ist gut. Vielen Dank.